Die Formulierung lässt sich wieder anhand eines Trilemmas entwickeln. Erinnern Sie sich, ein Trilemma ist ein logisches Gebilde von drei Überzeugungen, von der Art, dass immer nur zwei dieser Überzeugungen zusammengenommen wahr sein können und dann die dritte logisch ausschließen. Die drei Überzeugungen, die wir alle drei für wahr halten möchten, die aber nicht alle drei gleichzeitig wahr sein können, sind die folgenden. Die erste ist, dass die physische Welt kausal lückenlos geschlossen ist. Also die Annahme, die das Grundprinzip der Naturwissenschaften ist, ist, dass es für jedes physische Ereignis auch ein anderes physisches Ereignis gibt, das dieses hervorgebracht hat. Das heißt, die physische Welt ist in sich kausal lückenlos geschlossen. Das ist natürlich eine These, die in der Quantenmechanik etwa von einigen angefochten wird, aber als methodologisches Grundprinzip doch in den meisten Wissenschaften zunächst einmal angenommen wird. Und von daher in unserer kognitiven Praxis, vor allen Dingen dann, wenn wir wissenschaftlich arbeiten, tief verankert ist. Also der erste Satz aus, die physikalische Welt ist kausal lückenlos geschlossen. Das heißt, es gibt keine nicht-physischen Einwirkungen in diese Welt. Das zweite Prinzip wäre, oder ist, wenn die physikalische Welt kausal lückenlos geschlossen ist, dann hat der Geist keine kausale Kraft. Die mentalen Entitäten sind kausal wirkungslos. Das heißt, wenn alle Ereignisse in der Welt, alle physischen, von anderen physischen erzeugt werden, hervorgebracht werden, dann hat der Geist in der Welt nichts zu tun. Unser zweites Prinzip, das scheint einfach aus dem gesunden Menschenverstand zu folgern, dass wenn die physische Welt kausal lückenlos geschlossen ist, dass dann der Geist nichts tun kann. Und die dritte Überzeugung ist, mentale Entitäten, also das Geistige, ist aber in der Welt kausal wirksam. Diese Überzeugung, die dritte Überzeugung, gewinnen wir aus dem Alltag. Wenn ich etwa zum Kühlschrank gehe, um mir ein kühles Getränk zu holen, dann glaube ich, dass es mein Wunsch ist, jetzt ein kühles Getränk zu konsumieren, etwas Kühles zu trinken, der meinen Körper zum Kühlschrank bewegt. Wir glauben also in unserer Alltagsüberzeugung, dass wir mit unserem Geist in der Lage sind, unsere Körper zu bewegen. Nun kann es nicht sein, dass alle diese drei Überzeugungen gleichzeitig wahr sind. Also, dass die physikalische Welt kausal lückenlos geschlossen ist, dass, wenn sie kausal lückenlos geschlossen ist, der Geist kausal nichts tun kann. Und drittens, dass der Geist kausal etwas tut. Wir können nun, wie auch im Fall der Freiheit, drei große Positionen in der Philosophie unterscheiden. Nämlich je nachdem, welche der drei Thesen wir negieren. Wenn wir die erste These negieren, sagen wir, die physische Welt ist nicht kausal lückenlos geschlossen. Und dann geben wir dem Geist die Möglichkeit, in die physische Welt hineinzuwirken. Da haben wir im Grunde, ganz basal gesprochen, zwei Spielarten dieser Auffassung. Die erste ist der klassische interaktionistische Dualismus. Der sagt, es gibt zwei Arten von Entitäten, die körperlichen, physischen, und die mentalen, geistigen. Und die sind von völlig verschiedener Art, aber die stehen in einem Wechselspiel. Körper und Geist beeinflussen sich gegenseitig. Der Geist kann das Gehirn beeinflussen. Und das Gehirn kann, etwa wenn wir Alkohol getrunken haben und Alkohol in die Gehirnzellen, vom Blut dorthin transportiert wird, wird auch der Geist vom Gehirn entsprechend beeinflusst. Es gibt also eine wechselseitige Beeinflussung dieser beiden Bereiche. Eine andere Spielart sagt, es gibt nicht zwei Bereiche, mental und physisch, sondern diese Unterteilung ist schon eine falsche Abstraktion. In Wirklichkeit ist die ganze Welt, alles was es gibt, von einem Doppelcharakter. Es ist sowohl geistig, als auch körperlich. Wir Menschen haben einen sehr starken geistigen Aspekt. Ein Tier, eine Pflanze, hat einen geringeren geistigen Aspekt. Ein Elementarteilchen, einen minimalen geistigen Aspekt. Aber nichts in der Welt ist rein physisch. Und nichts ist rein geistig. Und wenn Sie das annehmen, dass es so eine Bipolarität gibt, zwei Aspekte der Welt, dann macht natürlich der Satz, dass die physikalische Welt kausal geschlossen sei, keinen rechten Sinn, weil es die physikalische Welt eben nicht gibt. Das ist eine Abstraktion. Es gibt nichts in der Welt, was rein physikalisch ist. Diese beiden Spielarten, wie wir das erste nennen, den interaktionistischen Dualismus, das zweite, die zwei Aspekte-Theorie, sind die beiden großen Theorien, die unser erstes Prinzip verneinen, dass die physische Welt kausal lückenlos geschlossen ist. Wobei man sagen muss, dass die zwei Aspekte-Theorie dieses Prinzip in gewisser Weise sehr modifiziert aufrechterhalten kann. Wenn sie nämlich sagt, wenn der Physiker sagt, was ich tue, ist eine bloße Abstraktion und ich lasse mal bewusst, methodisch das Geistige weg, in diesem Sinne ist sein Bereich dann geschlossen. Und da gibt es dann auch kein Dazwischenfunken des Geistes. Aber tiefer gesehen, in einer tieferen metaphysischen Analyse, zeigt sich, dass dieses rein physikalistische Bild der Welt eine Abstraktion ist, die wir machen, um besser Wissenschaft treiben zu können. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit über die Welt. Nehmen wir das andere Extrem, nun unsere dritte These, mentale Entitäten sind kausal wirksam. Wenn wir die verneinen, können wir die anderen beiden aufrechterhalten. Nämlich, dass die physikalische Welt kausal geschlossen ist und dass, wenn sie kausal geschlossen ist, der Geist kausal nichts tun kann. Wenn wir einfach negieren, dass die mentalen Entitäten überhaupt etwas in der Welt tun, wenn wir einfach sagen, wir haben uns über die kausale Wirksamkeit des Mentalen getäuscht. Dann können wir natürlich an den ersten beiden Thesen festhalten. Es fragt sich natürlich, wie das argumentativ begründet werden kann. Die Spielarten, die wir hier haben, sind vor allen Dingen auch wieder zwei Theorien. Die eine sagt, dass das Mentale nur ein Epiphenomen sei. Also die physische Welt, das heißt, die physische Welt bringt das Mentale hervor, mein Gehirn bringt den begleitenden Kommentar des Bewusstseins hervor, aber das Bewusstsein wirkt nicht zurück auf das Gehirn. Denken Sie etwa an das Liebett-Experiment, das ein bisschen in einer gewissen Interpretation in diese Richtung geht. Mein Bewusstsein, mein Gehirn bringt diese Illusion des freien Willens hervor, als begleitenden Kommentar zu dem, was es tut, aber mein freier Wille entscheidet nicht wirklich, was ich tue. Es wurde einmal gesagt, ein Epiphenomen sei etwa das Pfeifen der Lokomotive, der Dampflok. Es ist für die Fortbewegung, für die Arbeit der Lokomotive völlig irrelevant. Und so ähnlich ist unser Geist wie das Pfeifen der Lokomotive für unsere Körperbewegung völlig irrelevant. Das ist die eine Möglichkeit, die These 3 zu negieren. Die andere ist, dass wir uns wirklich radikal über die Existenz des Geistes getäuscht haben. Das ist der sogenannte eliminative Materialismus. Der Materialismus, der sagt, wir müssen die ganze Idee, dass es das Geistige überhaupt gibt, aufgeben. Darüber will ich im Folgenden noch detaillierter etwas sagen, jetzt bei diesem ersten Überblick noch nicht, sondern jetzt zur mittleren Position kommen. Die These, aus der kausalen Geschlossenheit der physischen Welt folgt die kausale Wirkungslosigkeit des Mentalen. Wenn wir diese These aufgeben könnten, dann könnten wir einerseits festhalten, dass die physikalische Welt kausal geschlossen ist, andererseits daran festhalten, dass das mentale Wirkungs kausal wirksam ist in der Welt. Wie können wir aber die Idee aufgeben, die doch aus dem gesunden Menschenverstand und aus der Logik zu folgen scheint, dass aus der kausalen Geschlossenheit der physikalischen Welt die kausale Wirkungslosigkeit des Mentalen folgt. Wenn also alle physischen Ereignisse von anderen physischen Ereignissen erzeugt werden, etwa meine Handbewegung, dann hat der Geist nichts zu tun. Interessanterweise haben doch viele Philosophen gemeint und argumentiert, dass es gerade das Aufgeben dieser mittleren These sei, dass philosophisch am vielversprechendsten ist. Das ist ganz analog etwa zu dem Kompatibilismus im Streit um die Willensfreiheit. Eine zunächst überraschende These, dass Freiheit und Determinismus miteinander vereinbar sind, so auch hier die zunächst überraschende These, dass kausale Geschlossenheit der physischen Welt und kausale Wirksamkeit des Geistes miteinander vereinbar sind. Was ist der einfache und geniale Schachzug, den man tut, um diese These zu untermauern? Der einfache und geniale Schachzug ist, indem man sagt, das Mentale und das Physische sind identisch. Und zwei, ich muss schon sagen, zwei in Anführungszeichen, zwei Dinge, die identisch sind, können nicht miteinander um die kausale Wirksamkeit konkurrieren. Wenn zwei Dinge identisch sind, dann können sie nicht in ein Konkurrenzverhältnis treten. Wenn also meine geistigen Zustände identisch sind mit meinen Gehirnzuständen, dann treten sie auch nicht in einen kausalen Konkurrenzkampf mit den Gehirnzuständen. Das wäre in einem ersten Überblick die die logische Geografie, möchte ich mal sagen, der logische Raum möglicher Antworten. Im Folgenden werden wir jetzt exemplarisch jeweils einige Positionen in dieser logischen Geografie noch etwas genauer anschauen. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf den Dualismus. Die These, dass das Geistige, das Mentale und das Körperliche zwei Arten von Entitäten sind, die wirklich voneinander getrennt sind, von ganz anderer Art sind und miteinander in Wechselwirkung stehen. Man kann auf eine doppelte Weise dafür argumentieren. Eine ist eine rein philosophische, a priorische, begriffsanalytische, so wie es in der ersten Vorlesung definiert wurde, in der Einführung in die Metaphysik. Das zweite ist eine eher empirische Methode. Wenn wir rein begriffsanalytisch zeigen wollen, dass Körper und Geist nicht identisch sind, dann müssen wir zeigen, dass die Begriffe, mit denen wir das Körperliche und Geistige jeweils repräsentieren, so sind, dass zwischen ihnen keine logisch notwendigen Verbindungen existieren, sodass man sich etwa vorstellen kann, dass nur der Bereich des Mentalen existiert, ohne das Physische oder umgekehrt. Wir haben also den Dreischritt, den ich in der ersten Vorlesung, wo der Begriff der Metaphysik erklärt wurde, bereits angedeutet habe, von einer epistemischen Analyse zu einer modalen, das heißt über Möglichkeit und Notwendigkeit redend, zu einer ontologisch- metaphysischen, über das, was in unserer Welt existiert. Erinnern Sie sich, Descartes hat argumentiert, dass er sich die Eigenschaft istdenkend von sich selbst auch in einem radikalen Zweifel nicht wegdenken oder von sich ablösen kann. Die Eigenschaft istdenkend kommt ihm wesentlich, also notwendig, zu. Descartes sieht daraus einen weitreichenden Schluss, ist, wenn das Denken für mich notwendig ist, für mich essentiell ist, dann ist es mein Wesen ein denkendes, eine denkende Entität zu sein, eine denkende Substanz. Wenn wir dagegen die physischen Eigenschaften nicht notwendig zukommen, dann kann ich auch ohne meinen Körper existieren. Descartes definiert Substanz als eine Entität, die für ihre Existenz keiner anderen Entität bedarf. Also etwas ist eine Substanz, wenn es unabhängig ist von allen anderen Dingen, wenn es sozusagen ein mögliches Universum gäbe, in dem nur dieses Ding vorkommt. Für jede Substanz gibt es nun spezielle Eigenschaften, die ihr Wesen ausmachen und die ihr notwendig zukommen. Erinnern Sie sich an die Vorlesung über konkrete Entitäten Substanzen sind auch Träger von Eigenschaften. Die Substanz kann nicht direkt wahrgenommen werden, das war ein wesentlicher Kritikpunkt am Substanzbegriff, sondern sie wird über ihre wahrnehmbaren Eigenschaften erkannt und individuiert. Wenn wir eine Eigenschaft beobachten können, können wir auf die zugrunde liegende Substanz schließen. Substanzen werden durch ihre essentiellen Eigenschaften oder Attribute, als eigenständig erkannt und scharf voneinander abgegrenzt. Bei der physischen Substanz ist die räumliche Ausdehnung das grundlegende Attribut. Bei der mentalen Substanz ist es das bewusste Denken. Räumliche Ausdehnung kommt der mentalen Substanz nicht zu. Der physischen Substanz kommt kein bewusstes Denken zu. Sie ist sozusagen völlig geistlos. Ein mechanistisches Bild der Materie. Hier sehen wir schon diesen radikalen Dualismus. Die